Hallo und herzlich willkommen heute hier zum GoCrypt Day Kompakt Video Nummer 35 über der Bitcoin Standard von CypherDNA Moos. Wir befinden uns in Kapitel 6 und zwar das Informationssystem des Kapitalismus. Heute das zweite Video dazu, denn wie ich das letzte Video ja beendet hatte, da ging es um die Anwendung von Wissen in der Gesellschaft, das Werk von Friedrich Hayek. Und in diesem erläutert Friedrich Hayek, dass das Problem der Wirtschaftlichkeit im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung des Themas nicht allein im Problem der Zuweisung von Ressourcen und Produkten besteht, sondern genauer gesagt das Problem der Zuweisung von Ressourcen und Produkten unter Nutzung von Kenntnissen ist, die Einzelpersonen oder Körperschaften in ihrer Vollständigkeit nicht zur Verfügung stehen. Das klingt eigentlich viel komplizierter als es ist, im Prinzip bedeutet das eigentlich nur, dass nicht alle Informationen, die für ein Thema relevant sind, eben jedem Einzelnen auch so zur Verfügung stehen. Wirtschaftliche Kenntnisse über die Produktionsbedingungen, die relative Verfügbarkeit und den Umfang der Produktionsfaktoren sowie die Präferenzen der Einzelpersonen sind kein objektives Wissen, das einer einzelnen Person vollständig bekannt sein kann. Das ist eigentlich so die kurze Quintessenz aus dem Ganzen. Vielmehr ist das Wissen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr natürlich verteilt und liegt bei Menschen, die von individuellen Entscheidungen beeinflusst werden. Um das vielleicht ein bisschen zu spezifizieren, habe ich hier jetzt auch nochmal die nächsten Sätze mit aufgenommen in meinen kleinen Unterlagen hier und zwar Der menschliche Verstand ist damit beschäftigt, die für ihn wichtigen wirtschaftlichen Informationen zu erlernen und zu verstehen. Intelligente und fleißige Menschen verbringen oft Jahrzehnte damit, die wirtschaftlichen Umstände ihrer Branche zu erlernen und Positionen zu erreichen, in denen sie für die Fertigung einer bestimmten Ware zuständig sind. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch jeder aus seinem unmittelbaren Berufsfeld kennen, dass man dort eben sehr viel Zeit investieren muss, um das Produkt, was man dann schlussendlich vielleicht herstellt oder verkauft, besser zu verstehen. Und darum geht es eigentlich. Es ist unmöglich, sämtliche Informationen, die für die einzelnen Entscheidungen notwendig sind, im Kopf von nur einer Person zu verankern, die dann die Berechnungen für alle anderen übernimmt. Ebenso wäre es vollkommen verrückt, alles Wissen bei einem Entscheidungsträger zu bündeln. Das sind eigentlich so die wichtigsten Themen, die wir jetzt hier aus dem ersten Abschnitt des sechsten Kapitels, vorwiegend auch von Friedrich Hayek hier mit dem Werk, uns im Kopf behalten sollten für die nächsten Videos. Denn da wird es dann nochmal ein bisschen spezifiziert und natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher darauf eingegangen, welche Zusammenhänge damit gemeint sind. In diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, um dabei zu sein. Ansonsten kann ich nur sagen, ciao. Ansonsten kann ich nur sagen, ciao.